Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Panorama. Welche Auswirkungen hat der Panorama-Regler? Das Panorama ist ein simpler Regler, er ist aber sehr mächtig. Man gestaltet damit das Stereo-Bild. Man kann damit sehr effektiv Bewegungen im Stereo-Bild erzeugen. Und man kann damit sehr effektiv gegen die Verdeckung ankämpfen. Oft genügt es, die Panorama-Stellung eines Kanals nur um ein paar Grad zu verändern, um alles viel transparenter klingen zu lassen. Außerdem wirkt sich das Panorama auf die Tiefenstaffelung aus. Grundsätzlich kann man sagen, dass etwas, das man extrem zur Seite pennt, automatisch weit vorne erscheint. Das Stereo-Bild ist ein Dreieck. Etwas, das weit hinten sein soll, muss auch in der Mitte sein. Welches Instrument bekommt welche Panorama-Position? Normalerweise gibt man die wichtigsten Elemente in die Mitte. Gesang, Bassdrum, Bass und Snare sind eigentlich immer in der Mitte. Die anderen Signale kann man relativ frei nach Gefühl pennen. Nur wenn etwas im echten Leben eine bestimmte Position hat, orientiert man sich mit dem Panorama an dieser Position. Die einzelnen Trommeln eines Schlagzeugs werden zum Beispiel in etwa so verteilt, wie sie auf den Overheads zu hören sind, also wie sie bei einem echten Schlagzeug auch räumlich verteilt sind. Die Overheads selbst dreht man als Stereo-Signal vom Panorama her ganz auseinander. Wie geht man mit Stereo-Signalen um? Bei Stereo-Aufnahmen dreht man die Panorama-Regler üblicherweise ganz auseinander. Man muss die Panorama-Regler für ein Stereo-Signal aber nicht immer ganz auseinander drehen. Man kann die Stereo-Basis auch einengen und in eine bestimmte Richtung legen. Man kann es auch komplett mono machen, indem man beide Kanäle zusammen mischt oder einfach einen Kanal wegwirft. Je nach genauem Inhalt des Stereo-Signals und je nach den entstehenden Kampffiltern beim Zusammenmischen kann die eine oder die andere Methode besser sein. Das Problem ist, dass heute alles Stereo- oder Pseudo-Stereo ist. Beinahe jeder Synthesizer und jeder Sampler gibt ein Stereo-Signal aus. Gerade Synthesizer-Sounds sind oft Pseudo-Stereo. Man hat quasi nur ein aufgeblasenes Mono-Signal. Wenn man all diese Stereo-Signale extrem auseinanderpennt, so hat man im Grunde genommen nichts anderes als eine breite Mono-Mischung. Lauter breite Signale, die in der Mitte sind. Nur die Overheads und die Background-Vocals bilden Phantomschallquellen in Zwischenpositionen ab. Das meiste ist jedoch einfach nur breit und in der Mitte. Da ist es meistens viel schöner, punktförmige Schallquellen zu haben, die im Panorama aufgefächert sind und die in der Mischung einen eigenen Hall bekommen, damit sie wieder Stereo werden. Gerade bei Synthesizern macht es oft Sinn, einfach eine Seite des Signals wegzuwerfen und eine punktförmige Schallquelle draus zu machen, die irgendwo auf eine Zwischenposition gelegt wird. Die Bedeutung von Zwischenpositionen Es ist grundsätzlich wichtig, mit Zwischenpositionen zu arbeiten. Viele kennen nur drei Panorama-Einstellungen. Links, rechts und Mitte. Zwischenpositionen sind aber sehr wichtig. Erstens machen sie das Bild ausgewogen und transparent. Zweitens muss man ein Signal nicht ganz zur Seite pennen, wenn man es seitlich orten will. Es reicht ein Pegelunterschied von etwa 20 dB. Wenn man die Mischung in einem großen Club hört, kann es sein, dass der linke und der rechte Lautsprecher sehr weit voneinander entfernt sind. Bei extremen Panorama-Positionen kann es dann sein, dass ein Teil des Publikums das entsprechende Signal fast gar nicht mehr hört. Da ist es immer besser, wenn zumindest ein Teil des Signals auch noch über die nähere Box wiedergegeben wird. Gerade bei den Zwischenpositionen fragt man sich oft, wo genau man die Signale hinpennen soll. Grundsätzlich soll das Ganze ausgeglichen klingen. Es kann auch hilfreich sein, die linke und die rechte Box einmal einzeln anzuhören, um zu überprüfen, wie sich das Signal auf einer Seite einfügt und wie es sich anhören könnte, wenn jemand fast nur einen Lautsprecher hört. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.